Die zwei besten Wassermarken, die ihr kaufen könnt, sind beide welche, die wir hier im Büro haben. Erste, Black Forest aus Deutschland, da mache ich jetzt heute einfach mal Werbung hier dafür, Grüße gehen raus, hat einen Mikro-Siemens-Wert von 55, Mikro-Siemens-Wert misst die Einzelbestandteile im Wasser drin. Je weniger es ist, desto besser. Du willst nicht viel haben, das ist ein Märchen, du willst wenig haben. Du willst ein Wasser, das quasi fast leer ist, wie ein trockener Schwamm, das, wenn er in deinen Körper reingeht, dass er dann die ganzen Schadstoffe mit rausnehmen kann. Ein Wasser, das mineralisch sehr hoch angereichert ist, kann nichts mehr mit aufnehmen. Es geht quasi hier rein und unten wieder raus. Du willst ein Wasser, das dich selbst reinigt. Also ein Wasser, das sehr arm ist an Einzelbestandteilen. Das ist Black Forest, das beste in Deutschland. Und das beste Europas ist Lauretana. Die Lauretana-Quelle haben wir hier als stilles Wasser auch, könnt ihr nachlesen. ist nachweislich das reinste Wasser, das wir hier in Europa haben, ist mineralstoffarm und kann dadurch sehr gut entgiften. Das ist sehr wichtig für den Menschen.